Man weiß ja nie, was einer wartet. Das Wichtigste ist, dass es sich echt anfühlt. Ohne Lampenfieber war man nicht richtig dabei. Wenn es richtig gescheit eingehakt ist, dann soll ich es tausendfach zurück. Dies ist stark. Dies ist richtig echt. Nichts verbindet mehr. Musik entsteht nicht im Kopf, sondern im Herz. Jetzt kann die Show beginnen. Herz von Österreich. Die Österreich-Musikshow. 3. Jänner. Puls 4.